p ihr versteht mich wenn nicht dann kann ich nicht du bist gerade nach oben Hooray Scheiße ah ja okay ich verstehe ja und da wollte man mich noch mal ärgern jen ja man vergisst dieses 3D ab und zu oder ja ich nenne es jetzt mal 3D aber es ist gar nicht 3D glaube ich oder nein 3D ist es auf keinen Fall auf jeden Fall ich noch vergisst diesen scrolling Effekt hier ich nenne jetzt scrolling Effekt so kann ich sagen was er wollte je warum soll ich gibt es die muss ich das verstehen oh du löst dich auf hättest du auch sagen können dass du Brause Tablette spielst ich werde noch da gehen nur alleine weil da die Piranha Pflanze ist und ich mich hier ran stellen kann Nose 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 ähm das war gewollt ich wollte einen dramatischen Effekt einbauen und es hat ja geklappt genau wer es glaubt wird selig und ich bin der Papst ne hier ist klar oh ich selbst hätte auf diese ganzen Level überhaupt kein Bock ich würde schön den kürzesten Weg nehmen und nicht mal alle Level auskosten nicht ganz ehrlich aber dieses Level scheint mir wieder zu sagen ah mancher Run guck mal her hier wenn du so gut wie nichts bringst aber ok ist das jetzt ein Level aus mancher Runs oder was ja muss dich opfern hier ich hab keine Wahl was hast tatsächlich ein mancher Run Level das war mal cool war mal entstand hier vielleicht die Idee für den mancher Run hm man weiß es nicht man diskutiert ne man spekuliert ja das Wort spekulieren kommt von Speck ich bin so das glaube ich ja also man wird es mir wieder sympathisch hier m m m m geil ja ich habe gerade gesehen dass ich noch ganz viele ja das war gewollt das wusste ich natürlich was passiert ähm ähm so wenig Powerpiece bei mir heißen die Powerpiece immer noch tut mir leid die werden auch weiterhin bei mir Powerpiece heißen obwohl ich weiß dass sie nicht so heißen aber ok ja ich werde so wenig wie möglich nachher verwenden also ne Damit ihr nachher auch bei den letzten Leveln, wo ich sie normalerweise einsetzen würde, um sie allein schon zu verbrauchen Oh, das ist gemein Das ist gemein Okay, hab ich noch was schönes Ein Power-P hätte ich, aber ich möchte es nicht verwenden So Nein Nein Ich werde es verwenden Tut mir leid, ja Wenn man sich dazu greifen muss, aber jetzt lieber in dem Level als Später in irgendwelchen Warum scrollt das hier noch oben mit? Ah Okay Nein Wusste ich Okay, da kommt man noch hier raus Boah, das war gekonnt Okay Ein bisschen entschieden Erstmal das Power-P genommen, überwegzufliegen und dann auch noch fünf Leben abgestaubt, ja Tut mir leid, dass ich das jetzt so gemacht habe Und Ja Yay Warum bekommen wir schon wieder ein 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 Hammer-Bruder-Kostüm So Ich habe hier Ich habe einen Entspannter Warum ist das hier so kaputt? Kann ich sagen Ich kann da durch Coole Sache Ich werde hier einfach mal ein bisschen lang fliegen, habe ich mir gerade so gedacht Weil es Also ich glaube nicht, dass das richtig ist, was ich hier mache Ganz am Ende werde ich damit auf die Schnauze fallen, oder? Ja 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 Genau, wie ich es mir gedacht habe Das wäre ja zu einfach Wenn man hier einfach alles umgehen könnte Auch nicht Ich glaube noch nicht mal, dass ich hier lang gehen kann Ich glaube, ich muss das Ganze von Anfang an machen Aber ich probiere es einfach mal, ob ich hier lang kann Mir wird das Auge Tut mir leid, warte So, danke Okay So